Ja, dann, liebe Zuschauerinnen, hier bekommt ihr nochmal einen kleinen Fetzen dann vom heutigen Verantwortungstreff, der ja immer samstags ist, seit Jahren, Verantwortungstreff von Schenkerbewegung, weil neben allem Alltagsgerede und Gedenke ist es gut, immer mal wieder die Verantwortungsfrage zu stellen, und zwar nicht nur für die Zimmerpflanze, die ich heute Abend noch gießen muss, sondern soweit wie Verantwortlichkeit gedacht werden müsste, wenn man drüber nachdenkt. Da haben wir heute wieder auch, auch weil wir neue Leute hatten, ich sage übrigens dazu, also meine Empfehlung wird immer sein, sollen sich die Leute lieber mit Pseudonymen unsichtbar schalten, aber wir können Aufnahmen machen, weil dann ist unser Reden auch wirklich von Nutzen für andere Leute und wir reden nicht nur unter uns, also alles, was klein gehalten wird in der heutigen Zeit und was in größerer Dimension Menschen bereichern kann durch Gedanken, durch Bewusstseinsbildung, halte ich für wertvoll, ist Teil der revolutionären Arbeit. Also lieber sich verdeckt gestalten in seinen Beiträgen, als dass wir Stunden hier reden und nur wir selbst höchstens haben wir es davon. Ja, und damit komme ich dazu, dass es eben, was haben wir gemacht heute, auch weil neue da waren, haben wir Grundthemen nochmal angesprochen und dabei hat der Dylan beschrieben, was solche Reformkonzepte sind auch bezüglich Belohnungsstrategien für Menschen, also wenn die Menschen nicht von alleine das tun, was gut ist, einfach weil es gut und richtig ist, sondern wenn sie dafür Belohnungen brauchen, dass es dann so ist, dass man dafür ja auch Belohnungssysteme schaffen kann. Also ganz genial finde auch ich eben die Wohlfühlstimme, die besagt, dass die Menschen immer wieder Daten angeben, wie gut es ihnen wirklich geht, egal ob der Arzt sie behandelt, der Lebensmittelhändler und so weiter. Und das wäre sowas wie ökonomische Basisdemokratie und die Wirtschaft müsste sich dann danach richten, was den Menschen gut tut und sofort wäre alles schädliche Produzieren weg, weil könnten sie nicht mehr machen, es würde durchschaut, es gäbe dafür kein Geld mehr. Und ja, also allein das, das hatte Dylan zum Schluss noch gesagt, würde solche, ein Wirtschaftswunder und Geldmittel in die Hände gegeben, auch für ökologische Ziele, wie aus der Kohle raus und innerhalb von ein paar Jahren auf CO2 ungefährliche Weise sich einrichten zu können. Also es ist nur ein Skandal, dass dieses Angebot, was ja deutlich wohl auch gemacht wurde, sowohl für Fridays for Future wie für Extinction Rebellion und so weiter, nicht mal in eine offene Diskussion gekommen ist, sondern abgewiegelt wurde. Also die Leute das genauso verdrängen wie die Kapitalisten, die Konzernlobbyisten und so weiter oder der blinde Bürger, der nur nach Brot und Spielen schaut. Ja, und da hatte ich, jetzt komme ich auf das, was ich in den Vorbeiträgen dazu gesagt hatte, ich hatte wieder mein Konzept von Verantwortungsbildung erläutert, weil ich denke, dass wir als Denken und Sprechende Tiere zu verantwortlichem Denken und Sprechen kommen müssen, wenn es irgendwas werden soll mit der Verantwortlichkeit. Und da bin ich der Ansicht, wir haben alles nötige Wissen auch da, also im Vergleich zur ökonomischen Basisdemokratie, wo die Menschen mit der Wohlfühlstimme dirigieren können, die Wirtschaft dirigieren können. Kurze Information, Öff, Öff, ich blende gerade für die Fernsehzuschauer ein, den Artikel, holen Greta Thunberg und die For Futures, die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. 19.05., das war glaube ich 2019, ab oder verfallen diese? Weltrat der Weisen, schlagen Schülerstreiks die weltweit einzige tatsächlich helfende Hand aus? Bergisch Gladbach, kommt es zur Verbesserung der Welt von Grund auf, oder ist die Welt, wenn Greta nicht kommt, für die Weltverbesserung vielleicht sogar endgültig verloren? Und so weiter. Diese Artikel, die kann man mittlerweile auf der Seite der Partei des Gemeinwohls zum Thema Klima, wenn man also nach Klima sucht auf der Parteiseite, kann man diese Artikel anklicken und lesen im Original. Ich zeige den Zuschauern dann auch nochmal die zweite Variante. Das ist also ein ganz ausführlicher Artikel, den wir ja damals haben veröffentlichen lassen, der diese Einladung, und natürlich haben wir auch die Fridays for Future zehnmal angerufen, wir haben denen allen das mitgeteilt, wir haben die Greta angemeldet, wir haben alles getan, aber es kam aus Berlin nur so, naja, wir haben Wichtigeres zu tun, als mit den 23 Professoren zu reden. Dankeschön, Dylan, genau. Damit komme ich zu dem Ansatz, den ich so ein Beisteuerer, also Dylan und ich, wir versuchen uns zu ergänzen für die Entwicklung hin zum Guten, zum Verantwortlichen, oder ich sage mal Dylan, der Weltrat der Weisen und Schenkerbewegung. Also ich bin ja nicht alleine, also einer, der jetzt hier mit dabei ist, der Louis, ist ja im Moment der Motor quasi des Demokratiefersorgecamps in Berlin, aus meiner Sicht das wichtigste Projekt in der Welt für den ganzheitlich systemischen Wandel. Und das ist das, was ich so versuche beizusteuern, denn wir sehen ja an der Entwicklung, wie diese ökonomische Basisdemokratie, die Wohlfühlstimme zum Beispiel, verdrängt werden kann, sehen wir ja, dass eine andere Art von Basisdemokratie, nicht die ökonomische, sondern die politische, die mentale und politische Basisdemokratie, dass es daran total hapert, die freie Argumentekultur. Denn hätten wir die, dann hätte ja auch die ökonomische Basisdemokratie, die Wohlfühlstimme durchschlagenden Erfolg. Weil dann könnte man es nicht einfach wegschieben, sondern müsste darauf schauen, alle Argumente frei zulassen und nach Argumentequalität gehen statt Korruptionseinflüssen auch eigener Willkürverdrängung. Und insofern ist das die allergrundlegendste Weichenstellung aus meiner Sicht, dass wir so in freier Argumentekultur denken können. Und der einzige tiefste Grundsatz von Schenkerbewegung ist ja, dass wir uns überhaupt so aufs Ganze gesehen verantwortlich verstehen wollen. Global denken, lokal handeln oder globale Konsensgeschwister, wie ich das gerne nenne. Und dafür das Nötige planen wollen in freier Argumentekultur. Das ist die andere Schiene eben auch, also durch solche Verantwortungsbildung dahin zu kommen. Das hatte ich heute viel erklärt. Also die Zusammenarbeit mit dem Dillen, der hat da auch eine tolle Anzeige für geschaltet. Also sozusagen die Wahl mit den Füßen in die wahrhaft glückliche und verantwortliche Lebensform. dass das eben der Weg zu diesen nötigen Kommune-Experimenten sein könnte, wofür ich seit 30 Jahren tue, was ich kann. Und ich hatte das beschrieben, auch nochmal diese innere Einstellung, die das bedeutet, diese Persönlichkeits- und Verantwortungseinstellung oder Reife. In der Entwicklungspsychologie heißt es Post-Conventional Level. Ich nenne es gerne Spirit-Identification-Level. Also der Mensch identifiziert sich mit seiner Vernunftsseele. Er macht das Vernünftige einfach, weil es das Höchste und Beglückendste ist. Er guckt nicht nach irgendwelchen anderen Belohnungen, die er dafür bräuchte. Und er guckt auch nicht, ob jemand die Peitsche schwingt. Sein Wesen ist, das Vernünftige zu tun. Und um das Wesen nicht zu verlieren, wird er alle anderen Belohnungen fallen lassen. Oder wird die Peitsche oder das Erschossenwerden hinnehmen, weil er würde nur noch wie eine leere, kaputte Konserve weiter existieren, wenn sein wesentlichstes Inneres, seine Vernunftsseele abgestorben ist. Also von daher, das versuchte ich zu beschreiben. Und da setzte ich jetzt gerade auch nochmal an, weil ein Argument einer Mitsprecherin war, ja im Moment ist vielleicht mit den Menschen erstmal noch nicht so viel von dieser grundlegenden Verantwortungsreife möglich, aber vielleicht mit Belohnungssystemen sie mehr halt zum Gutes tun, also auch ökologisches Gutes tun, CO2-Lösungen und so. Ist ja spannend, dann mit solchen Reformkonzepten Parteien dafür zu bilden, wo ich auch mithelfe, bei Dillens, Partei des Gemeinwohls jetzt, die eine FRAC, also freie Argumentationskulturpartei auch sein will. Ja, und da ist jetzt meine Antwort, die ich noch dazu geben wollte. Ja, also ich sehe auch, dass vielleicht bei ganz vielen Menschen es so ist, dass eher sowas wie solche Belohnungskonzepte, die es ihnen erleichtern, das Gute zu tun, weil sie es noch nicht an sich tun, um ihren Preis, sondern weil sie dazu geködert werden müssen oder Leckerlis brauchen. Das kann im Moment erfolgreicher erscheinen. Aber mein Versuch, die Menschen zu infizieren, der lautet folgendermaßen. Schau mal, du kannst von heute auf morgen dein Bewusstsein auf das göttliche Bewusstsein, das kosmische Bewusstsein umschalten. Du kannst die Welt mit den Augen des Schöpfers sehen. Es gibt kurzsichtigere Blickwinkel. Aber solltest du, weil vielleicht spricht irgendwas dagegen, es sträubt sich was innerlich, man hat vielleicht unangenehme Gefühle. Es gibt viele Menschen, die es nicht machen. Sollte man sich nach den anderen richten oder weil die es noch nicht machen, sollte man diesen Schritt vielleicht auch noch verschieben. Also ich glaube, ein Mensch, der nur diesen Gedanken versteht, ich habe die Möglichkeit, mich innerlich auf kosmisches Bewusstsein, auf Betrachtung der Welt mit den Augen Gottes umzuschalten, der macht es. Der geht gar nicht nach irgendwas anderem. Weil es ist völlig egal, ob die anderen mitmachen oder nicht. Ich werde, wenn ich in mir den Gott wecken kann, werde ich nicht sagen, die anderen machen es ja auch nicht oder mit den anderen geht eher noch was anderes. Wenn ich einmal begreife, was das bedeutet, was da möglich ist, hält mich nichts mehr davon ab, es einfach zu tun. Ja, und also insofern freue ich mich. So kann die Sendung heute, glaube ich, in alle Richtungen, Reformkonzepte wie Wohlfühlstimme, Lösung damit all der ökologischen Probleme und auch die demokratische, die geistige und politische Basisdemokratie durch freie Argumentekultur. Also allein schon, wenn diese Impulse nochmal wieder dann heute auch in die Öffentlichkeit gehen, ist es Sprengstoff. Gut, ich gebe weiter. Ja, jetzt wieder, ich blende übrigens auch nochmal für die Fernsehzuschauer als Information, ich blende gerade nochmal diese Annonce ein, die habe ich vorhin schon kurz gezeigt, aber die blende ich jetzt nochmal ein. Das war die Annonce, die der Herr Wagner gerade eben angesprochen hat. Hier, das ist die Annonce. Da geht es darum, also, die Partei ist dafür da, den idealen Staat zu bauen. Die superglückliche Kommune und die Supervision dafür sind dazu da, als die Supervision ist dazu da, wirklich faszinierende, hochattraktive, die Leute zu einer Abstimmung mit den Füßen bewegenden, glücklichen Kommune zu ermöglichen, denn ich bin der Meinung, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich diese Gehirnwäsche aus unseren Köpfen rauszukriegen, verdammt schwer ist. Aber jetzt sind wieder dran die Telefonteilnehmer, Luis und Antonia. Moment, ja. Ja, ich gebe weiter, danke. Okay, dann übernehme ich. Ja, genau. Also zum Ditteln, ich wüsste gerne, was du zum Thema Polwanderung denkst und viel bezüglich des Göttlichen oder dem Göttlichen, dass man das dann entdecken kann und dann dementsprechend handeln kann, würde mich jetzt, also würde mich interessieren, wie du dir das vorstellst, wenn du auf einen total rationalen Menschen triffst, der sich denkt, was redet der da? Das gibt es nicht, das kann nicht sein. In meinen Augen gehört das zu so einem Entwicklungserwachungsprozess, dass du nach und nach spürst, dass es da eine Verbundenheit, etwas gibt. Man muss es ja auch nicht so bezeichnen, ich persönlich tue es auch nicht und dass sich das verinnigt und vertieft und es damit einhergeht, dass man immer und immer mehr sein Handeln und sein Denken und alles, was miteinander einhergeht, verändert. Ja, ich würde abgeben. Dann gucke ich wieder bis ich ans Piepen komme. Jetzt, glaube ich, müsste man mich wieder ganz gut hören. Ja, ist das richtig? Hört man mich überall? Ja. Sehr gut. Ja, bevor ich auf die Polwanderung eingehe, ganz kurz noch mal für die Fernsehzuschauer von heute. da ist noch ein ganz feines Piepsen drin, jetzt, aber jetzt müsste es besser sein. So, liebe Fernsehzuschauer, also was wir heute besprochen haben, ist einerseits der Weg des idealen Staates, wo wir helfen, indem wir zum Beispiel den Arzt belohnen dafür, wenn er uns mit einem kostenlosen Freizeit- und Wochenendkursangebot hilft, dass wir möglichst nie Krebs- oder Herzinfarkt bekommen und dafür wird er dann belohnt, wenn wir uns gesünder entwickeln, als bei unserer Vorgeschichte und familiären Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre, dann wird er belohnt, mein Supermarktleiter wird dann belohnt, wenn die Tausenden an Kunden, die bei ihm Einkaufen sich gesünder entwickeln als vorher und so weiter, das heißt also gutes Tun, verantwortliches Handeln, gutes Tun für die Gesamtgesellschaft wird belohnt, damit es mehr wird, weil wir im Moment einfach zu viele Profite auf Kosten der Menschheit haben und das ist dieser Grundgedanke und der Herr Wagner versucht eben auch über bestimmte Bilder von Vorhin hatten wir die Bilder der Körperzellen und der weißen Blutkörperchen, also auch so das Verantwortungsbewusstsein psychisch zu wecken, dass der Mensch sich in der Lage ist sozusagen wirklich ja eigentlich sich selber so zu verhalten, dass es für das große Ganze das Gemeinsame und die Gesamtgesellschaft und die gesamte Welt eigentlich gut und richtig und das Beste ist, ja, nur wie gesagt, wir haben das Problem, dass wir im Moment sehr viele Menschen haben, die oft genau das Gegenteil tun, leider, ne, so und jetzt zur Polwanderung, ja, also, ich weiß nur so viel, dass diese Pole, ja, sich auch umkehren können, dass das Ganze wandert und so weiter, das sind alles Dinge, das ist eben das Verrückte, wir leben so in der Welt, in der Vorstellung auf der Erde, als wäre alles normal und alles wäre so fixiert, ja, zum Beispiel leben die Leute so, als gäbe es keine Erdbeben überall oder sie leben überall so, als würde der Vulkan nicht ausbrechen und warum leben sie so, weil es wieder Geschäftsleute gibt, die gerne Häuser auch verkaufen möchten, in der Nähe von Vulkanen, in Erdbeben Gebieten, die möchten dort ihre Profite machen und die reden den Leuten natürlich ein, dass das absolut sicher sei oder denken wir an die Tsunami Gebiete, ja, da werden den Leuten Häuser verkauft, die beim nächsten Tsunami einfach weggerissen werden aber das Geschäft ist halt im Moment im jetzigen System das wichtigste deswegen werden diese Dinge verschwiegen die Risiken verschwiegen Vulkanrisiko Polumkehr Risiko Risiko Tsunami Risiko Erdbeben Vulkanausbruch alles wird verschwiegen um das Profitswill und dann kaufen die Leute da Häuser und dann werden sie in den Tod gerissen und unsere Häuser von heutzutage sind eigentlich Mause fallen das sind so Totschlag Klappen beim ersten großen Erdbeben fallen alle unsere Häuser in sich zusammen und schlagen uns tot aber das wird um das Profites Willen verschwiegen und es wird immer so getan als gäbe es das alles nicht und genauso ist es eben so dass die Polumkehr einfach bedeutet dass wir nicht so stationär als Menschen leben sollten sondern immer beweglich bleiben sollten denn vielleicht kriegen wir eine ganz andere Erde wenn die Polumkehr kommt und wir müssen uns dann darauf einstellen und das geht nicht mit Betonhäusern vielleicht müssten wir vielleicht ganz anders leben wobei wir haben ja auch ein Konzept zum Stopp der Überbevölkerung und so weiter natürlich ist es die Überbevölkerung lässt sich leicht unterbringen in Betonsilos in Zelten ist das nicht ganz so leicht möglich weil wir dann mehr Fläche brauchen also müsste man vielleicht darüber nachdenken wie gesundes Bevölkerungsschrumpfen einhergehen könnte damit dass wir aufhören so zu tun als gäbe es diese ganzen Erdrisiken nicht die gibt es aber und dafür sollten wir uns als Menschheit eigentlich flexibel verhalten denn in Zukunft wird ja über die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten werden ja die Toten die durch Erdbeben und andere durch Tsunamis und so weiter erzeugt werden die werden ja in Zukunft mit eingerechnet und zwar in das Geld der Ersteller der Häuser die Vermieter der Häuser haften dann quasi mit ihrem eigenen Geldern dafür dass den Bewohnern ihres Hauses eben nichts passiert die haften also also auch für die Erdbeben Risiken Vulkan Risiken Tsunami Risiken Pol umkehr folger Risiken und so weiter und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders auf plötzlich verhalten die sich auch etwas verantwortungsbewusster für ihre Bewohner und ihre Mieter ja aber die Zeit ist leider schon wieder um ich gebe weiter an öff öff ja und der kommt auf den aus seiner Sicht wichtigsten Punkt wieder zurück was die Antonia ansprach ich rede gerade als extrem rationaler Mensch und ich setze keine Voraussetzungen voraus die nicht rational wären also auch wenn ich davon rede kosmisches oder göttliches Bewusstsein dann meine ich dass wir diese Wirklichkeit hier in die wir gestellt sind betrachten wie der Gärtner seinen Garten insgesamt nicht nur ich gucke was ist mein Tellerrand was ist meine kleine Welt und wie kann ich da irgendeiner Logik folgen einer Splitterlogik wie ich das ja gerne nenne die im ganzen Schaden anrichtet wo ich selbst auch so einer dieser Menschen wäre die noch nicht für den Sinn im ganzen denkt und dafür alles zu tun bereit ist sondern ich brauche noch Belohnungsprinzip ich brauche noch hier was habe ich denn davon wenn ich das im ganzen richtige tue ich rede von dem Menschen der so weil er der Gärtner ist und seinen Garten betrachtet das Wohl des Gartens verfolgt und sich da nicht durch irgendwelche kleinen Vorteile hier guck mal hier ist ein besonders leckerer Apfel dadurch dass du dich um diesen Apfel vernachlässige doch mal das andere das macht derjenige der der Schöpfer des Ganzen ist und dem es um die Schöpfung geht in ausgewogener Weise auch darum geht das macht er nicht und das meinte ich ja dass also ein Mensch dieses kosmische Bewusstsein in der Weise bekommt dass er sich mit seiner Vernunft Seele identifiziert und das im ganzen sinnvolle richtige und verantwortliche tut um seiner selbst willen weil es vernünftig ist weil es aufs ganze gesehen verantwortlich ist und ein Mensch der das wirklich versteht der wird eben gar nicht gucken und sagen ja nun was soll ich denn jetzt machen im Leben ich bin vielleicht noch nicht so weit irgendwas sträubt sich in mir dagegen die anderen Menschen sind ja wahrscheinlich auch alle noch nicht so weit wahrscheinlich wirken bei denen die Belohnungsprinzipien besser als dass man ihnen jetzt sagt identifiziert euch doch mit dem kosmischen Gemeinwohl das wird alles nicht zählen für einen Argument für einen Menschen der einfach die Bedeutung versteht dass er es in der Hand hat im nächsten Moment und nicht erst auch zu warten bis er stirbt und hat es verpasst sondern im nächsten Moment hat er die Möglichkeit sich umzustellen auf dieses kosmische Schöpfer Bewusstsein und ein Mensch der sich wirklich auf der geistigen Zunge zergehen lässt den hält nichts mehr auf es ist völlig egal was sich in ihm sträubt es ist völlig egal ob die anderen mitmachen oder nicht mitmachen er ist vor einer Dimension der Seelenexplosion könnte man sagen er wird sofort springen wenn er es richtig versteht es kommt nur darauf an dieses Verständnis zu bekommen ich entscheide mich nicht nur ob ich ein bisschen glücklicher oder weniger glücklich werde im Leben sondern ich entscheide mich dafür ob ich in das Maß der Vollkommenheit reinspringe was uns hier in diesem Moment möglich ist als Sprung zu erreichen und das reicht dann ja und insofern ich glaube eben wirklich auch dass wir aufpassen müssen in dieser Welt in der wir leben vor den vielen Korruptionsmechanismen die da wirken ich greife auf was in unserer Sendung heute mehrfach auch vorkam also im Moment werden die Querdenker diskriminiert also der Louis hat am Anfang gesagt er ist im Moment in Berlin um das von den Querdenkern Begonnene und hat er gesagt von den Querdenkern fortgesetzte da meint er von Schenker bewegen dann fortgesetzte und mittlerweile etwas weiter interpretiert also als Demokratieführsorge camp weitergestaltete Widerstandszelt camp da am Leben zu erhalten aus meiner Sicht das wichtigste Projekt der Welt wo aber die Leute offensichtlich alle ganz viel anderes zu tun haben und sich da versuchen und oft in der Sendung kam jetzt vor dass im Moment gerade eine dicke Propaganda läuft gegen die Querdenker auch von Staatsseite ich hatte vorher gesagt der Staat der ist frech der steht eigentlich sogar manchmal ausdrücklich auch in Sendungen gegen Reichsbürger und Selbstverwalter hat er ausdrücklich dazu gestanden dass er eigentlich nach der Logik der Macht geht also nicht egal ob es Angela Merkel zwischendurch so sagen oder Bush für seine neue Weltordnung dass es gut wäre das Recht des Stärkeren durch die Stärke des Rechts zu ersetzen die handeln frech nach der Recht des stärkeren Logik oder Durchsetzungsfähigkeit mit der Macht egal ob es juristisch oder völkerrechtlich oder moralisch und vernünftig richtig ist nein die Macht bestimmt und so ein Satz noch so werden die Querdenker im Moment diskriminiert und ich glaube aber dass wir deshalb umso mehr davon reden müssten weil zwar kommt es alles andere von alleine aber es gehört dazu dann Unrecht beim Namen zu nennen und wenn wir nicht an der Seite der Verfolgten stehen kann uns passieren dass irgendwann wenn sie zu uns kommen von den anderen keiner mehr da ist der noch protestieren kann wie es mal Martin Niemöller im Dritten Reich gesagt hat okay ich gebe weiter ja jetzt schalte ich wieder die Telefonleute frei also jetzt ist gleich könnt ihr loslegen die Telefonleute Luis Luis ich höre jetzt nichts Antonia Antonia ja also ich bin noch da ja sehr gut dann bitte was sagen kurz ja also der Luis spricht jetzt anscheinend nicht mehr ich höre jedenfalls nichts von ihm also ich höre jedenfalls nichts von ihm ich auch nicht dann rede ich einfach mal weiter ja also was mir gerade in meinem Kopf umherrscht wird wir dieses Szenario der Polwanderung haben haben und so wie mir von anderen Leuten bisher von außen herangetragen worden ist ich bin jetzt nicht im großen informationsbus verhangen was war das ist Luis wieder da hallo ja genau ja super das klappt nämlich auch ohne mich dazu zu kommen genau ich habe vorher eine falsche Nummer gewählt scheinbar wolltest du noch was sagen Luis weil Antonia hat jetzt schon angefangen nee nee danke danke okay dann versuche ich jetzt den Anknüpfungspunkt zurückzufinden genau dass mir von außen von mehreren Quellen herangetragen worden ist dass dieser Prozess im Gange ist und immer mehr Hochfahrt aufnimmt dass wir dann ja auch gewisse Prozesse was den Klima betrifft das Klima betrifft gar nicht beeinflussen können und daher nicht bei allen Prozessen zurückschalten müssen was die Klimathematik betrifft also ich denke auch gewisse Fortschritte werden wir nicht umsonst gemacht haben dieses Prinzip mit den Solarzeilen finde ich allerdings ziemlich gut weil ich weiß dass es hier bei anderen Personen hier mit bei andere Angehensweisen und Denkweisen dazu gibt und ja bei dem letzten Punkt bin ich leider raus was ich noch sagen wollte daher gebe ich erstmal ab Ja falls ich dran bin ich bin hier gerade bei dem Konzert und das soll jetzt doch nicht stattfinden ich habe mir schon überlegt was ich sagen will es ist ein Reggae Konzert mit einem schwarzen Sänger und da wäre es natürlich gut gewesen auf ein englisches freie Argumente Kultur Plattform hinweisen zu können stattdessen hätte ich Global Love erwähnt mal schauen was daraus wird vielleicht klappt das Konzert jetzt doch vielleicht nicht wir stehen draußen angeblich weil zu wenig Leute da waren ja aber generell finde ich die Idee spannend auf die englische worldwide community ein größeres Auge zu haben jetzt wird hier gerade irgendwas erzählt da muss ich mal zuhören ich gehe mal weiter bis später ja ich danke man hört mich jetzt wieder normalerweise müsste Antonia mich jetzt wieder gut hören so ja also ja Öff hat ja eben gerade noch mal gesagt wie er sich letztendlich dass er quasi eine Glücksmöglichkeit das Menschen darin sieht wenn er sich fragt will ich nicht einfach in meinem Leben das höchste Leben nämlich wirklich mich verantwortlich zu verhalten für das große Ganze ja und das ist eben genau der Punkt wo eben die Frage ist bei wie vielen Menschen können wir das erreichen wie viele Menschen erleben können auch diese Glücksebene erleben oder braucht man einen bestimmten Glauben den man vielleicht in sich hat um dann dieses Glückserleben zu erleben wie ist es mit Menschen die vielleicht so denen dieser Glaube fehlt also die Frage ist halt wie wir wissenschaftlich erklären können dass viele Menschen so abgrundtief schlecht handeln dass sie regelrecht Massenmörder sind Serienmörder alles mögliche tun und über Leichen gehend um das Profit des Willen Millionen Tote in Kauf nehmen und so weiter ja und dann auch diese Selbsttäuschung denken wir an Hitler zurück ja an den Nationalsozialismus wie da ganz Deutschland oder mindestens die Hälfte Deutschlands ungefähr von diesen Wahnvorstellungen diesen pseudobiologischen pseudo evolutionsbiologischen Wahnvorstellungen von von der Überlegenheit der deutschen Rasse und dem Untermenschen und so weiter ja solche Wahnvorstellungen mit denen mit die waren die Grundlage für die Ermordung letztendlich von insgesamt 60 Millionen Menschen ja also das ist das sind so Dinge wo ich halt sage um auf Nummer sicher zu gehen muss ich da auch politisch durch Belohnungssysteme es unmöglich machen dass solche Wahnvorstellungen überhaupt sich nochmal massenhaft ausbreiten können weil einfach damit nichts mehr zu verdienen ist weil ich gehe ja davon aus dass es damals bei Hitler so war dass die deutsche Waffenindustrie weil sie gemerkt hat dass man mit Hitler Geschäfte machen kann Kriegsgeschäfte machen kann Waffengeschäfte machen kann dass die quasi seine Wahnvorstellungen multipliziert haben und unterstützt haben und massenmedial multiplizieren sich haben lassen weil die Waffenindustrie ein Milliardengeschäft gewittert hat wenn Hitler an die Macht kommt mit seinen Wahnvorstellungen der bringt uns den nächsten Krieg und das nächste ganz große Geschäft und von daher um das rund zu machen muss ich davon ausgehen dass ich sage wie gesagt ich selbst bin auch als Mensch möchte lieber dass ich ein bisschen gezwungen werde durch bestimmte ich würde gern wieder als gesundheits also wieder eine Praxis aufmachen aber ich möchte diese Praxis nur dann aufmachen wenn ich auch nur dafür belohnt werde wenn es meinen Kunden besser und besser und noch besser geht ich möchte nicht mehr dass es wie früher ist dass ich von den krank bleibenden Menschen mehr Geld bekomme und mehr Geld verdiene wenn ich die Leute chronisch krank halte als wenn ich Krankheiten verhindere ich möchte mich nicht mehr der Gefahr ausgesetzt werden dass meine Psyche sich vielleicht wieder irgendwann wieder selber belügt und am Ende wieder mit dem Krank halten der Menschen Profite macht ich möchte nur noch dann eine Praxis aufmachen wenn ich durch den Staat kontrolliert werde daraufhin nutze ich der Gesundheit der Gesamtbevölkerung besonders meiner Kundschaft oder schade ich ihr ich möchte dass der Staat meine Schadenswirkung und meine nützliche Wirkung misst weil ich mir selbst nicht traue ich traue mir selbst nicht weil ich bis jetzt noch nicht geschafft habe den Zustand zu erreichen den öff für sich er wirklich sagt ich bin verschmolzen mit dem Verantwortungsbewusstsein für das Gute tun ich selbst habe es bei mir erlebt dass ich damit nicht verschmolzen war dass ich auf die vorteilbringenden Irrtümer meines Berufsstandes meiner gesundheits sparte hereingefallen war und auch schäden angerichtet hatte und erst als ich das dann mühsam erkannt hatte habe ich sofort damit aufgehört also nochmal der letzte satz ich möchte nur dann wieder eine praxis eröffnen ein großes gesundheitsteam wenn wir alle im gesundheitssystem danach belohnt werden nur Belohnung kriegen wenn wir Gesundheit bewiesenermaßen fördern wenn wir den Menschen schaden will ich dass wir keine Belohnung kriegen und dann pleite gehen so wünsche ich mir das weil ich mir selbst nicht traue ich gebe weiter an Öff Ja also wir reden aus meiner Sicht auf höchstem Niveau und ich glaube dass wir ja auch gerade durch dieses Kombinieren von Schienen des Vorgehens in Richtung einer verantwortlichen Welt was ganz Geniales so leisten können auch mit unseren Gesprächen wie jetzt heute Abend freue mich daher dass das jetzt noch als Push auch an die Zuschauer geht und ich werde meinen weiter jetzt ein bisschen zweiteilen also einerseits weil mich das ja auch am meisten so begeistert noch was sagen zu dieser Verschmolzenheit und inwiefern die auch wissenschaftlich Hintergründe hat und danach was ich am Anfang ja auch schon machen wollte was mache ich eigentlich gerade konkret weil da hängt sich unter anderem eine Besuchsankündigung bei denen mit dran okay also erst zu meinem Begeisterungsthema wir haben zwischendurch in der Sendung heute auch darüber geredet was ist das genau was den Menschen dann zu dieser Identifikation mit dem Blick aufs Ganze und der Verantwortung fürs Ganze bringen kann also dass er nicht nur dann sagen würde okay da macht es mir jetzt das Leben unangenehmer eventuell sitze ich im kalten auf der Straße oder eventuell werde ich eben umgebracht für meine Überzeugung ich mache es trotzdem weil nichts ist es wert mir diese innere Verantwortungswürde zu zerbrechen oder zu verbiegen er redet sich mit nichts mehr raus weil es kein Argument mehr dagegen gibt kein wesentliches Unrecht mitzumachen also und das würde aus meiner Sicht sofort ja bedeuten dass man aus dem Staat raus muss weil da bestimmen Leute überein und führen illegitime Angriffskriege und was weiß ich wollen Rüstungsexport Weltmeister werden und haben das Steuerruder einem abgenommen ohne einen zu fragen und ohne einem das Recht zu geben das mit Verantwortungsgründen zu hinterfragen und ja oder nein dazu zu sagen das ist alles der absolute Skandal also wenn das den Moment mal irgendwie bewusst würde es gibt den Spruch eines ich glaube amerikanischen Präsidenten wenn den Menschen die funktionsweise des jetzigen Geldsystems klar würde hätten wir vor morgen grauende Revolution und ich sage wenn den Menschen diese fremdbestimmende entmündigende für Unrecht für Menschheitsverbrechen missbrauchende Form der Gesellschaftssteuerung der Regierung mal klar würde in der nächsten Stunde die Rückforderung ihrer Selbstbestimmung für echte Verantwortung fürs Ganze ja und da hatte ich als das in der Sendung heute schon vorkam hatte Dylan gesagt es gibt vielleicht ein Problem weil die Menschen ja von ihrer genetischen DNA ihrer biologisch genetischen DNA ja auch gesteuert werden und wenn dann Lebewesen ihnen nicht so nah sind wie die eigenen Gene die anderen Menschen nicht die Kinder der Zukunft nicht dann handeln sie vielleicht eben auch nicht so identifiziert mit ihnen und da hatte ich gesagt ja das ist biologisch genetisch ist das wohl so aber da da zeigt sich quasi dass wir Menschen eine andere Ebene von Verantwortungs DNA haben können denn unser Geist sagt uns auch der Mensch dessen Gene jetzt nicht mit meinen 100% übereinstimmen hat wenn ich ihn mir als Vernunftwesen anschaue als Vernunftwesen eigentlich erstmal eine Gleichberechtigungsstufe also wie es die Menschenrechte dann sagen mit Artikel 1 alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit also als Menschheitsfamilie begegnen das ist unsere geistige Verantwortungslogik zu der wir fähig sind egal was uns die Gene noch sagen würden weil die Vernunft die aufs Ganze schaut was ist da möglichst sinnvoll was ist da richtig stimmig verantwortlich uns das so erkennen lässt also es geht um eine Art MenschenrechtsDNA oder Gesamtsinn DNA in uns die uns durch unseren Geist oder unsere Vernunftseele möglich ist und da müssten wir einfach gucken wie können wir uns da reinflaschen dass das uns auch wirklich so steuert dass uns nichts anderes mehr davon abbringen kann kein Zuckerbrot keine Peitsche und ja das ist das genau dann vielleicht nur noch eben ich komme zu der Besuchseinladung weil ich glaube ansonsten sollten wir dann werde ich dann vielleicht auch zum Ende kommen langsam zumindest also ich handele hier in verschiedene Richtungen revolutionär so gut ich kann also unter anderem haben meine Frau und ich Videos gemacht auch für die ist alles auf den Tisch was da im Moment ja als Widerstands Öffentlichkeitsarbeit geschieht und so und ich mache hier Freilernen Gruppe und bin an verschiedenen Sachen hier also gegen Autobahnbau A49 Widerstands Zeltcamp und Schaffung von freier Argumente Kultur Genossenschaften und so weiter zugange da lade ich ein kann jeder ins Forum schauen da will ich jetzt täglich oder wenigstens alle zwei Tage sein da findet ihr auch die anderen Teilnehmer hier jetzt am Gespräch und da könnten wir das sehr in die Tiefe weiter verfolgen und wir machen eine kleine Projekt eine Sekunde eine Sekunde kurze Pause da ist was abgestürzt Moment ich mache jetzt los ja ich weiß nicht was ihr gehört habt ich hatte den ersten Teil gesagt flasht euch in die Verantwortungs DNA unseres Geistes das ist die die Seelenexplosion und dann hatte ich gesagt was ich konkret so alles dafür mache hier jetzt auch was ich am Anfang der Sendung schon hatte sagen wollen also wir sind hier auf verschiedenen Fronten tätig ich freue mich dass ich den Louis da ein bisschen begleiten kann in Berlin für das wichtigste Projekt das Widerstands Zeltcamp dann ist es so dass ich mit meiner Frau zusammen zum Beispiel Videos gemacht habe für diese Widerstandsaktion alles auf den Tisch von Wissenschaftlern und Künstlern auch kann man bei uns in YouTube sehen übrigens alles ja auch hier auch die Teilnehmer hier des Gesprächskreises findet ihr im freie Argumente Kulturforum freie-argumente-kultur.de da können wir bei allem in die Tiefe gehen ich bin hier gleichzeitig Betreuer eines Freilernortes natürlich auch in einer Kommune ich lebe nur noch in Kommune versuchen und habe einen Widerstands Zeltcamp gegen die A49 also das ist mein Fridays for Future und Extinction Rebellion Engagement auch und bin beteiligt hier daran verschiedene Zellen von Widerstandskommunen auch freie Argumente Kulturgenossenschaften und so ja ins Leben zu kommen oder im Leben zu halten auch gegen staatliche Angriffe und es steht jetzt nächste Woche mal wieder eine der das sind dann drei in diesem Jahr Projekte rund Reisen an die allerdings nur ein paar Tage und wird sich jetzt nicht so Richtung Berlin, Sachsen Mecklenburg-Vorpommern richten sondern wir besuchen einen alten Mann der auf einer Wiese bei Hannover so alleine sitzt und auch schon über 80 ist und jeden Moment umfallen kann sodass sein Projekt weg wäre wir kommen auch mal in die Gegend von Köln dann und da kann ich den Dillen mal besuchen also nächsten Samstag hat meine Frau gesagt wenn ich das richtig im Kopf habe sind wir da in Köln und könnten gucken also wir haben ein Wohnmobil dabei wir müssen nicht unbedingt irgendwo untergebracht werden Parkplatz dafür wäre eher interessant zu wissen und das können wir auch weiter verfolgen also außerhalb der Sendung jetzt hier ja und ich wollte noch sagen zu dem Flash oder wissenschaftlich Leute wenn ihr das ganz genau also schauen wollt was da an wissenschaftlicher Recherche bisher für mich und meine Frau möglich war sie hat ihre wissenschaftliche Abschlussarbeit darüber geschrieben über genau diese Theorien inwiefern ist der Mensch die Krone oder der Kopf der Schöpfung oder des Kosmos oder bringt die Intelligenz in den Kosmos rein oder kann das tun wo Wissenschaftler auch sagen vielleicht ist er es nicht aber er ist in der Situation dass er versuchen müsste es zu sein angesichts seiner Wirkmacht mit Waffen und Technik entweder er kommt hinterher auch so eine kosmische Intelligenz oder so eine Verantwortungsintelligenz aufzubringen oder er ist eine Bombe die sozusagen einen Planeten nach dem anderen vielleicht zum Explodieren bringt also insofern vielleicht sind wir nicht die Krone und der Kopf der Schöpfung oder das Gehirn der Schöpfung aber wir müssten es aus Verantwortungsgründen versuchen zu werden und das Buch meiner Frau findet ihr auf unserer Projekte-Seite hier die heißt lilitopia.de also lilitopia.de unter Veröffentlichungen kann man es kostenlos downloaden also da kommt viel Hintergrundwissen bezüglich ja heutiger Grundlagenwissenschaften Evolutionspsychologie Entwicklungspsychologie was weiß ich Biologie auch kommt da zur Sprache also wo ich mich freue ja auch zu kooperieren mit Dillen und dem Weltrat der Weisen und deren Wissenschaftsqualität okay ich gebe weiter so dann schalte ich jetzt wieder die Telefon Teilnehmer auf große Lautstärke bitte Telefon Teilnehmer und wir nähern uns ja auch dem Ende für heute dann ja also ähm ich hatte die Idee weiterzugeben aber dann dachte ich mir ich fände es ja schon spannend weißt du ja Dylan wir haben darüber gesprochen ob wir nochmal im XA-Forum explizit auf die äh Weltrat des Weisen der Weisen Reformen hinweisen und ähm da war scheinbar ein Missverständnis weil Dylan dachte das sei ein anderes Forum nicht das wo unser Freund Thomas P patrouilliert aber ja also also für die Antonia das ist das Forum von XA wo die nicht so open-minded Diskussion war bei der Öffi ausgeschlossen wurde und wo auch die Ideen vom Weltrat äh mit Unwahrheiten anscheinend diskreditiert wurden und was scheinbar dazu geführt hat durch auch weitergehenden äh Belästigung Terror Zeug dass scheinbar ein oder zwei Professoren ausgestiegen sind aus dem Weltrat äh wenn ich das alles richtig verstanden habe jedenfalls ich fände es natürlich schon spannend äh wenn der Dylan sich als Rebell verkaufen oder gar sehen würde wenn quasi aus den eigenen Reihen von XA was ja einfach sofort der Fall ist wenn jemand sich wenn sich Zahler fühlt wenn das Gedanken gut vorgestellt würde und ich wäre neugierig was da machen und ähm ich glaube ich habe da schon ein Verständnis aber fände es halt auch schön wenn so Leuten oder so Handlungsweisen wie von Thomas T. scheinbar halt einfach ähm ja wenn man trotzdem einfach die Botschaft rüberbringen würde und ja und noch ein kleiner Gedanke zu zu den Solarzellen auf 99% von deutschland fächern also ein Gedanke mittlerweile hinterfrage ich ihn auch mehr als früher aber wäre spannend das Telefon so halten dass der Wind nicht ins Mikrofon bläst ja ich versuche soll ich irgendwas wiederholen oder hat es geklappt es ging irgendwie so halbwegs habe ich es verstanden ja super also die Sache ist anscheinend wenn wir von heute auf morgen Steinzeitniveau herunter und bequemen würden dann würde sich immer noch um drei Grad die Welt erhöhen und jetzt sagen wir 1,1 Grad Temperatur also ich bin sicher dass das interessante Konzepte sind aber ob die dann tatsächlich nachhaltig in dem Sinn wären ist die Frage aber ja ist wahrscheinlich nicht so einfach das so herauszufinden dass jeder sich richtig sicher ist mit der Relevanz des Ergebnisses na gut damit gebe ich weiter danke ja ich würde mich eigentlich nur bedanken für das interessante Gespräch und damit eigentlich auch ausklingen weil ich euch sonst gleich einschlafe dementsprechend danke und euch noch einen schönen Abend ja vielen Dank ja und entsprechend tschüssi ich sage auch nur noch eine Kurzschluss Bemerkung ja also noch einmal mit diesem Forum Thomas und so weiter das waren eine Summe auch gegenüber Öff Öff das waren aus meiner Sicht sogar teilweise äußerst direkt strafbare Handlungen das waren Straftaten Beleidigungsstraftaten Diffamierungsstraftaten Rufschädigung Terrorisieren der Professoren und so weiter also und was ich konnte damals auch nicht fassen wie man mit so aller Kraft gegen die Lösung des Klimaproblems um jeden Preis ankämpfen konnte denn alle bisherigen Strategien die sonst gefahren werden bringen ja es ist ja mittlerweile sonnenklar dass diese gar nichts gebracht haben sogar die neue Regierung SPD Grüne FDP wird am Weltklima nichts nennenswertes verbessern das wird nichts ändern der der Weltrat hat nicht umsonst diese einzige Strategie gefunden die wirklich funktionieren kann und die anderen Strategien auch die Strategie von Professor Hans-Werner Sinn nämlich der Club der Willigen beim CO2 Ausstieg die funktioniert ja auch nicht also insofern das ist die einzige Möglichkeit und ich habe heute wissenschaftlich ja nur noch eine Erklärung dafür ich sage mittlerweile dass diese ganzen NGOs für das Gegenteil dessen da sind was sie vorgeben ich war damals Psychotherapeut im Gesundheitswesen es hieß wir seien dafür da die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern in Wirklichkeit habe ich es gemacht wie meine Kollegen ich habe die Leute chronisch krank gehalten und habe dafür gutes Geld verdient ja und genauso ist es auch mit den NGOs vielleicht ist Fridays for Future nur dazu da das Klimaproblem in der Welt bestehen zu lassen damit die Spendengelder in die Kasse von irgendwelchen Leuten die da die Spenden abgreifen einfach weiter fließen und vielleicht ist alles ich habe das damals erlebt in Köln mit bei Extinction Rebellion dass es auch nur um den Klingelbeutel ging es ging um das da war so eine große Dose und es ging eigentlich darum diese Dose zu füllen und alles andere dass es einen Austausch geben sollte dass offen diskutiert werden sollte das war alles nur Alibi das war nur Vorwand ja und eigentlich ging es immer nur um diese Gelddose und das ist meine einzige Möglichkeit wie ich aus wissenschaftlicher Sicht verstehen kann warum diese Organisationen genauso versagen die behaupten sie seien dazu da das Klimaproblem in der Welt zu lösen handeln aber indem sie alles jede Diskussion ablehnen darüber wie es gehen kann wie es wirklich gehen kann und genauso wie ich damals die Leute mehr krank gehalten habe als Gesundheit gefördert habe ist es vielleicht auch so wie Professor Hans-Werner Sinn sagt dass der Effekt von Kreta und Fridays for Future auf das Weltklima nur ein negativer ist weil nämlich die ganzen Ölförderer aus Panik heraus und Kohleförderer noch schneller fördern noch schneller verbrennen weil sie alle Angst davor haben dass ihr Geschäftsmodell ihnen weggenommen werden könnte durch den Einfluss von Fridays for Future auf die Politik und letztendlich und Professor Sinn sagt ganz klar dass er ganz klare Hinweise dafür hat dass der Effekt der Fridays for Future Bewegung ist dass im Moment noch schneller CO2 rausgeblasen wird nur sieht man das im Moment nicht weil der Corona Effekt darüber liegt und die künstliche CO2 Reduktion durch die Corona Maßnahmen das verdeckt aber wenn es die Corona Maßnahmen nicht gegeben hätte hätten wir durch Fridays for Future einen sichtbaren Anstieg der weltweiten CO2 Ausstöße ja wir suchen das Ende für heute vielleicht dein Versuch das Schlusswort zu finden ja danke an die Vorredner also ist auf jeden Fall nochmal eine Sendung mit tollen Kicks für die Menschen die sich damit beschäftigen wollen so mein Eindruck und ich danke denen die eben da auch mitgemacht haben Louis Antonia dir auch und der netten Frau am Anfang und ja also ich glaube dass wirklich die Verdrängung von Argumenten das Grundübel ist also wir brauchen freie Argumente Kultur das ist ein Skandal dass Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion an diesen Stellen wesentliche Defizite aufbringen Lösung kann natürlich auch sein jetzt an Louis gerichtet dass wir halt arbeitsteilig agieren müssen du kannst doch im Forum wenn der Dylan sagt er will sich da nicht mehr so direkt persönlich angreifen lassen also ich persönlich bin ja da blockiert also mich können sie angreifen wie sie wollen solange ich argumentieren kann und auch wenn sie selber nicht sehen außenstehende sehen können wo liegt die Argumentequalität ist mir das ja immer relativ wurscht aber egal ich bin da nicht mehr der Dylan hat da vielleicht keine Lust drauf sich so statt sachliche Argumentation auch persönlicher Atominem Ebene angreifen also du kennst ja mein Argument dass ich es ist mir einfach zu gefährlich so viel kriminelle Energie wie dieser Thomas P oder wie auch immer gezeigt hat diese kriminelle Energie ist wirklich gefährlich und mir ist das einfach zu gefährlich auch für unsere Professoren ja wer weiß zu was der noch in der Lage ist und fähig ist ja und auch wie er mit dir umgegangen ist und so weiter oder wie das Forum dich diskriminiert hat das ist unglaublich da ist so viel kriminelle Energie aus meiner Sicht da drin das ist mir ja also insofern ich habe da volles Verständnis für dich also bei mir wäre es egal solange Leute mir nicht direkt an die Pelle wollen nicht gewalttätig werden soll ist alles nur auf der Ebene von Rede und Gegenrede stattfindet da bin ich eigentlich unerschütterlich können sie machen was sie wollen im Gegenteil das kann noch manches deutlicher machen wenn sie sich da durch ihr Verhalten vielleicht disqualifizieren okay aber ich bin da nicht mehr Vorschlägen ins Persönliche gehend dann versucht zu disqualifizieren aber Louis kann es darüber nehmen und er könnte es ohne also ich meine wenn er den Mumat kann er auch sagen ja also ich finde er immer noch skandalös wie da die sachliche Diskussion mit Öff und seinen Inhalten und Dillen da auch wegverdrängt wurde aber ich möchte mal lassen wir das sogar offen lassen wir die Person mal einfach beiseite gehen wir nur in die Sache in die Inhalte kann man hier jetzt im Forum mal öffentlich offen darüber diskutieren ob vom Weltrat der Weisen sowas wie die Wohlfühlstimme ein bahnbrechender Weg sein kann ein knallereffekt der hier sofort dann eben auch die Mittel bereitstellt und die ökologischen Reformen machbar machen könnte von denen wir doch behaupten dass wir die alle wollen so seid ihr bereit das mal offensachlich hier jetzt mit zu diskutieren vielleicht nur kurz ein Hinweis ja ich hätte ja sonst gesagt der Louis könnte ja auch sozusagen diesen Text von der Partei des Gemeinwohls seite bringen aber ich traue diesem Thomas zu dass er auch mit allen Möglichkeiten unseren Bundesvorsitzenden terrorisieren wird von der Partei also diesen Bundesvorsitzenden von der Partei bis der dann auch wieder austritt oder so dem traue ich da alles zu ich traue dem jede kriminelle Handlung zu die vorstellbar ist ja genau also habe ich für alles volles Verständnis aber ich sage jetzt was man machen könnte wenn manche Leute sagen eben direkt wollen sie nicht wenn Louis das ein Anliegen ist einfach den Leuten sagen können wir hier den Inhalt mal diskutieren oder auch was den Öff angeht ihr mögt dem ja wer weiß was unterstellen oder untergeschoben haben oder ihn verdrängt haben vielleicht auch einfach weil ihr bestimmte Argumentationen abgebrochen habt ich hatte ja gesagt ich möchte die AG DNA Care und die AG Konfliktbegleitung habe ob am Anfang eben oder ob das was ich vertrete oder die von mir gegründeten XR Radicals ob das dem Ursprungsgeist von Extinction Rebellion entspricht auch was Umgang mit Rechts-Links Thematik angeht und wenn sie diesen Ursprungsgeist verändert haben was sie ja zugegeben ganz direkt zugegeben haben weil sie das nicht gut finden dass sie deshalb das anders einschienen wollten oder dabei waren es so einzuschienen ob sie das ausschließlich machen dürfen für alle XR Mitglieder und ob sie solche Plattformen dann die für XR gedacht XR Deutschland insgesamt monopolisieren dürfen und aus ihrer Sicht eben nicht günstige Standpunkte ausgrenzen dürfen das hätte ich als direkte Fragen in die AG DNA Care und die AG Konfliktbegleitung reingebracht das könnte ja inhaltlich immer noch wieder gebracht werden oder sogar wenn man mal öfft Thema beiseite lassen wollte könnten die Themen wieder wie sieht es aus mit freier Argumente Kultur wie sieht es aus mit Thema Verantwortungsreife wenn jemand schreit Klimaschützer Da kann ich zustimmen also das zum Beispiel wenn Luis in dem Forum das Thema freier Argumente Kultur reinbringen würde ja und wenn dann wirklich eine ganz offene Bereitschaft dafür da wäre dann könnte man doch auch anfangen behutsam eventuell über Gemeinwohn Wirtschaft und den Weg zum CO2 weltweiten CO2 Ausstieg und so weiter könnte man vielleicht vorsichtig reden aber man müsste erst mal eine vollständige Erklärung dieses Forums und auch dieses Thomas für die völlig Bejahung der freien Argumentekultur gewinnen vorher hat das keinen Sinn ja aber das könnte eben eingebracht werden genauso auch andere Themen noch wie eben diese Frage der Verantwortungsreife der Menschheitskonsens Demokratie der Kommune Ansätze über sowas wie Hausarztkommunen bis zur zu unserer Annonce und so etwas ist das ein Weg wenn man das argumentativ durchdenkt eine Wahl mit den Füßen der glücklichsten und verantwortlichsten Lebensform wo man ja auch dann sagen könnte ihr habt doch selber auch ihr habt doch Arbeitsgruppen da wo ihr auch sowas wie Kommune oder solche Alternativgemeinschaften mit bedenken wollt seid ihr da offen für das mal alles radikal jetzt hier mit den verschiedensten Sichtweisen und Argumenten beleuchten zu lassen und zu gucken was ist denn jetzt am stimmigsten wenn man mal die ganze Korruption auch eure Willkür Korruptionsverdrängung wegnimmt und man kann da in die Sache gehen so gut wie möglich ja also das wäre noch ein Tipp von mir wobei ich persönlich fürchte der Louis will gleich was sagen deswegen der wollte hat eben sich kurz gemeldet gehabt vielleicht meine Befürchtung persönlich ist dass diese Leute bis jetzt nur Lippenbekenntnisse haben Richtung freie Argumente Kultur aber eigentlich meinen die mit freie Argumente Kultur jeder darf sagen solange er das gleiche sagt wie ich darf er ruhig was sagen aber es ist sonst nicht das ist das Level auf dem das ja in diesem Forum stattfand ja also dann runde ich ab und gerne kann das mein Abschlussbeitrag sein meine Seele jubelt dass wir so etwas haben wie uns hier unsere digitale Kommune schon mal die Annonce ist super für die Wahl mit den Füßen die den Menschen schon mal möglich ist in die glücklichste und verantwortlichste Lebensform und wenn sie wollen auch ohne langwierige Zwischenschritte und halbe Schritte oder wir warten bis die anderen vielleicht haben die keine Lust oder gar nicht ja also ohne all das können wir hier so offen wie nirgends anders über alles diskutieren es gibt das freie Argumente Kulturforum und unsere digitale Kommune kann hoffentlich zu ganz viel radikaler Kommuneentwicklung überall führen Glück auch für wünsche ich auch dem Luis dafür sein Engagement in Berlin fürs Demokratie für Sorgecamp lasst die Seele explodieren an alle Zuschauer und damit gebe ich weiter Ja und wir suchen nach wie vor das Ende und ich schalte jetzt wieder die Telefonteilnehmer auf laut So Ja Also ja ich stelle fest wie dass keine große Begeisterung in mir auslöst dass ich quasi die Haupt Formulierarbeit und Fels in der Brandung Position ergreifen könnte aber weil der Öff könnte dir bei den Formulierungen helfen das habe ich damals auch gemacht bei der einen oder anderen Formulierung da habe ich ihm auch Sachen geschickt Ich stehe gerade darauf hinaus der Öff ist ja teilweise recht großzügig mit der Transparenz seiner oder dass ich sogar Zugriff habe auf seine Account und da würde ich ihm auch meinen guten alten Vibe-Hype-Account teilweise zur Verfügung stellen mal ausprobieren und vertrauen würde ich das anders an und es würde bestimmt auch niemand auffallen bei Öffis ausgefeiltes Sprachstil und meiner chronischen Kleinschreibung dass da jetzt ein anderer Wind weht und natürlich könnte der Öff-Öff sich auch einen neuen Account machen könnte ihn zum Beispiel Öff-Öff Fragezeichen Öff-Öff-Zwei oder den guten alten Blöff-Öff ja oder Thomas B oder wie auch immer das wäre interessant und lustig aber wahrscheinlich ist da irgendein Grundsatz vom Öffi im Weg was ja auch nicht unsympathisch ist naja bitte etwas lauter etwas lauter ja ja sorry war das alles zu verstehen sonst wäre ich auch schon wieder fertig war das zu verstehen sonst wäre ich wieder fertig war zu verstehen jetzt hallo ich konnte nicht verstehen noch also war manchmal ein bisschen leise aber ging jetzt jetzt am Schluss also man konnte es noch alles verstehen und jetzt am Schluss war es schön laut und deutlich der letzte Satz ja gut versuchen wir können wir sind alle einverstanden dass wir uns jetzt verabschieden ja wir hatten ja wieder viele interessante Dinge drin auch in dieser Kurzversion jetzt in der Aufnahme ich muss noch ich muss noch eins sagen Luis also mit dem FF geht eben nur transparent also du kannst überall in meinem Namen oder ich gebe dir immer mehr Zugänge in meinem Namen aber ich habe ja dazu gesagt also im Zweifelsfalle direkt auch sagen also das ist jetzt nicht mehr nur der Öff der hier spricht sondern das ist jetzt hier sozusagen sein Büro und ich als Chefsekretär oder was weiß ich als Chef von Öff möchte ich dann auch da das Wort ergreifen also insofern müssten wir wenn du einen Account machst da oder ich in deinem Account müsste das schon deutlich werden für die anderen damit sie nicht getäuscht werden weil der Öff lügt und betrügt nie so müsste also gesagt werden hier ja Leute freut euch der Öff ist wieder da also kannst du dir auch einfach selber noch einen Account machen und wer weiß wie komplex es wird wenn du meinen Account benutzt und dich outest da könntest du ja auch gleich einen eigenen neuen Account machen aber naja der Öff geht dahin wo er gefragt wird du kennst auch meinen Spruch rede nur wenn du gefragt bist und lebe so dass du gefragt bist ja also ja sprich dir ja also der Louis hat eben nochmal gesagt dass du ja auch gleich einen neuen Account machen könntest also mir wäre das wie gesagt persönlich alles zu gefährlich ich habe das ja auch in Köln erlebt dass ich wirklich auf den Fridays for Futures Demos die Leute die andere Leute körperlich angegriffen haben und also gewaltbereit waren das waren überwiegend die XR Mitglieder die Extinction Rebellion Mitglieder und es kann ja sogar sein dass der Thomas einer von diesen gewaltbereiten war ja ja also das heißt Übergriffe auf andere Personen habe ich eigentlich auf den Fridays for Future Demos Köln in erster Linie von XR Mitgliedern erlebt insofern ist mir das zu gefährlich das ist mir einfach unheimlich was da an krimineller Energie auch noch mitspielt und das Gesprächsverhalten war ja unterirdisch auch dir gegenüber im Forum also ja ich wünsche mir das war immer noch aber Louis aber vielleicht könnte ja der Öff Öff dir einfach deine Texte noch ein bisschen überarbeiten so dass es dein Text ist dann im Forum aber kann dir ein bisschen helfen vielleicht Fehlerkorrektur lesen und dann ja dann vielleicht versuchen aber ich sehe wirklich nur den Sinn darin diese freie Argumentekultur zu propagieren denn bis jetzt habe ich so empfunden bei X-Extinction Rebellion dass du alle freien Argumente bringst solange du das gleiche sagst wie die Leute die das herrschen haben und dass es da um herrschen geht und um dominieren und herrschen und nicht um Argumente austauschen ja also können wir wer hat was dagegen dass wir jetzt Schluss machen und sagen tschüssi liebe Zuschauer bis demnächst wieder nur kurz noch also damit Extinction Rebellion jetzt nicht zu schlecht auch dasteht vom Grundansatz her ist das aus meiner Sicht sowas wie ein Satyagra fürs Überleben berufen die sich auf Gandhi und solche Leute also steht in ihrem Buch auch in ihrem Vorstellungsbuch eigentlich so schreibt einen Artikel das wäre doch das Satyagra fürs Überleben und tatsächlich gibt es auch viel gefährlichere Szenen noch als Extinction Rebellion wir waren ja auch jetzt bei ihrem Camp dann da in Berlin und da konnten Louis und ich da aufs Gelände auch ich habe direkt darauf hingewiesen dass ich da auf Öff bin und dass an mir sich ja nun die Geister einigermaßen schreiten und sowas aber das war lieb und friedlich also soweit obwohl ich weiß sie haben andere auch mal weggeschrien die ihnen nicht in den Kram passten von ihren Veranstaltungen oder so also ich bin ja weiterhin oder Louis und ich sind Teil von den XR Radicals die den Ursprungsgeist von Extinction Rebellion aufrechterhalten wollen und die Gewaltfreiheit eher sogar noch weiterentwickeln wollen wo wir spezielle Aktionsformen verentwickelt haben haben wir letztens in Berlin noch dem Kanzleramt und dem Reichstag als Geschenk angeboten statt Straßen zu blockieren bringen wir ein Büro für Nachhaltigkeitsagentur also ein erstes nicht korruptes Büro bei euch in die Häuser rein ja also Extinction Rebellion bitte jetzt nicht völlig ab aburteilen liebe Zuschauer also lasst uns den guten Keim drin sehen der rettenswert ist und gerade gegen die die das versuchen sozusagen als feindliche Übernahme in so eine Ideologieschmiede irgendwie zu bringen die das entfremdet ja aber ansonsten was der Dillen beschrieb über die Art wie wir da schlecht behandelt wurden das lässt sich tatsächlich nicht schön reden also das ist das ist eine feindliche Übernahme ein Stück weit die dazu geführt hat dass ich da aus diesem Forum blockiert wurde als ich stärkstes argumentatives Geschütz vorbrachte okay ja ansonsten von mir aus auch fühlt euch alle liebe Zuschauer durchs durchs Internet umarmt und ja lasst eure Seele explodieren habe ich ja schon gesagt in die kosmische Bewusstseinsweite und Verschmolzenheit und ja wünsche ich euch noch eine schöne gute Nacht jetzt jetzt haben wir bald elf schon ja also schönen Abend es sei denn es hat noch jemand was ganz wichtiges nee danke schlaß gut ja gute Nacht allerseits tschüssi bis bald macht's gut danke tschau tschüss tschüssi tschüssi tschüssi